Audiojournal Ich hab dich immer wieder mit Steinen wirft oder sonstiges. Scheisse. Bullet! Ja, dann nehmen wir. Wo bist du? Da. Hey, hey, geh mal, geh mal. Aha. Hier du geh, buddy. Das ist viel besser, als du siehst. Warte, ist das... Piotr? Das ist Peter. Aber wer ist mit ihm? Wer ist mit ihm? Das schaut ja nicht gesund, als wer mit ihm ist. Wurde, lass mal fertig laufen. Ich glaube, ich habe das nicht gesehen, Peter. Was sagt er? Was sagt er? Was sagt er? Der Übergang übergibt doch keinen Sinn. Baum fällt und dann das... Glaubst du? Oh. Ernsthaft, ich hätte das nicht gesehen, Piotr. Was? 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 Oh, Scrabble! Was? Versteht... Warte, 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 warte. Ein Baum fällt um und dann auf einmal kommt diese Szene. So. Warte, warte. Das ist ja da beim Auto. Erst hör auf zu bellen! Das war noch da beim Auto. Also! Glaubst du, ihr sollte mir nochmal das Video anschauen? Warte, 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 wir schauen nochmal kurz das Video an. Seht's? so wir fangen noch mal verneuern das ist doch das was ist das was das ist das ist ja es ist ein horror geben wurde erscheint wurde der wurde entführt die man mitbekommen haben durch hinkzern tschuxel so die a die brot krummen krummenspur was der base peter didn't run away he was kidnapped i found a tape it shows the man who did it in the middle of the forest yeah the tapes that they make things appear but there's no time landing we have to find the kid he's in serious danger even if that's true right i can't let you go alone ja ich wollte gerade sagen oder ich kann ja nicht klettern anscheinend erscheinend ist dieser mensch zu teppern um zu klettern also wie gesagt hand aufs herz bestimmt geht jemand alleine daher um das zu suchen und 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 wohlgemerkt nachdem er noch so eine videoaufnahme gefunden hat warte wissen von darauf gekommen jetzt bin ich aber einmal im kreis gegangen oder wo er schreckt mich oder wälzt sich da einfach am boden und ich denke mir hinter eine figur liegt warte wir sind doch von da gekommen oder nicht nein schaut ok jetzt immer da wo wir hin müssen muss das sein was heißt bleibt hier ist das ein bunker wir werden uns auch demnächst das mit den kanalpunkten anpassen dass wir da ein paar lustige sachen machen können ich glaube wir werden uns nicht finden ach so oder nicht muss doch da rein warte bin ich deppert oder logisch wäre doch da also ziemlich mittig vermieter jetzt hat das so vat 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 vasis Ich glaube, ich habe das nicht gesehen, wie ein Ballsy-Buff-Kid. Warte, 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 lass mich nochmal, das mit dem Klicken klingt. Es macht einmal ein anderes Geräusch. Warte, 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 ganz kurz, ganz kurz. Easy, Valentino braucht was. Achso, nein, es macht zwei Mal. Genau, da, da, hört ihr das? Da macht einmal ein Quik. Warte, das ist. Das ist eine Spinne. Hä? wenn die was sagst du ich fange verneuern achte auf die geräusche beim klicken du vermutest aber es ist ein gutes eine gute vermutung hör auf panda was sowohl sparen erste von links einmal nach rechts oder leute leute das machte jetzt schon fertig so wir nehmen den ersten tipp nehmen wir ein paar daraus gehör aus panda wir machen jetzt den ersten das erste schluss machen wir an wie wie kann ich mich orientieren wie an was alle einmal nach rechts habe ich davon gemacht ich hatte schon einmal alle nach rechts so 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 ist gut aber aber manchmal wenn du sagst einmal pro manchmal 21 13 13 12 so wir fangen an was war die erste kombination 21 13 ich habe sicher gegoogelt danke euch danke euch mastermusik warum habe ich jetzt mein hund nicht dabei ich war beim auto hast du nichts machen können beim auto aber wir können gerne wieder zurück so meine lieben wir machen jetzt mal was anderes jetzt gibt es jetzt gibt es jetzt gibt es jetzt gibt es jetzt so ist es also die was immer rausgehen und dann wieder reinkommen haben nicht so gute chancen wurde mir gesagt so wir konzentrieren uns jetzt wieder jetzt geht es los mit dem mit dem gehen lesen wollt ihr dass ich euch das vorlesen oder liest ihr euch das selber vor und schreibt es wenn ihr fertig seid sie verweilen schon so lange an diesen ort dass sie sich nicht einmal mehr daran erinnern können was sie einst waren kaum noch bei bewusstsein kaum noch am leben man könnte einfach an ihnen vorbeilaufen ohne dass sie es wirklich bemerken sie sind nahezu blind mit bewegung können ihre aufmerksamkeit wegkennen wenn man ihnen zu nahe kommt aber nur licht kann sie provozieren licht verletzt sie merken sag mal ja schiebung richtig bruder die schiebung licht verletzt sie lass sie in ruhe und sie werden dich ignorieren solltest du ihnen jedoch leid zufügen werden sie nicht ruhen bis sie dich zur strecke gebracht haben wow der letzte also der letzte satz ist halt schon sehr wild oder für mich spielt es keine rolle ich teile mein leid mit ihnen anleuchten die kachpers gut ja bin eigentlich noch ich glaube ich brauche noch ein kabel dafür erst ist sie doch da reingegangen da ist ja nicht mehr als wie das da hier schau ich bin sich für bullet passt bruder also ich kann da nichts machen muss ich da funk wir brauchen ein kabel warum wurde das gelöscht ist was mit seinen grund haben vielleicht möchtest du wieder nur gerne leute segieren ich denke wir brauchen safe irgendwo jetzt wieder draußen ein kabel oder was auch immer das kabel meinte ja wir müssen das bleibt das fix offen diese geräusche ja ja aber die habe ich ja nicht ich erwarte socke bonbon papier geschnitzte figur ja der schmerz also eben diesen bericht der hinweis kräer Hey Jess, sieht gut aus. Es ist so, dass sie dann noch ein paar Tage hat. Ja, ich glaub, gibt's im Spiel... Warte, warte! Oh, Bruder, wo ist die Batterie? Kann ich das nicht irgendwie wegschmeißen? Hm... Keine Ahnung. Ich will zeigen, wir suchen uns... Fendi! Fendi, kannst du da mal bitte die Lights fixen? So, was schreibt er? Vergiss die Batterien, Bro. Das Radio kannst du jetzt nicht verwenden, ist ja klar. Batterien findest per Zufall. Das heißt, dieser Raum ist jetzt einfach unnötig, auf gut Deutsch. Okay. Ja, kaum gehst du raus, wird da schon herum. Das hört sich echt nicht leid an, ich sag' ich das. Du siehst ja, Konix. Ich versorge, sie haben nicht einmal den Film gesehen. Jetzt ist ja natürlich auch die Frage, wo das Auto war, ne? Weil Skrubel meinte irgendwas, wir hätten beim Auto Radio machen müssen. Ich sag' nur Katze. Da haben wir das Auto. So. Ja, das ist die ganzen Geräusche, die ich jemanden abschießen würde. Bro, wenn da noch ein Radio funktioniert, dann... Da ist nix. Steh auf wieder. Da waren wir. Wir waren jetzt auch dort. Gehen wir da nach oben. Da war ich ja auch grad. Was ist das, Junge? Ist irgendwas falsch? Hey. Wo bist du, Bullitt? Na ja, jetzt bitte. Was? Halt die Goschen. Mach das kaputt, Mann, Leute. Haber da. Wenn ihr meine... Allein die Tastatur sehen könntet. Sie ist ja... Habt schon Gas, Leute. Ja. Matthias. Was ist das? Sind das die Hexen? Oder... Boah. Wartet mal kurz. Wir gehen jetzt mal da her. Was bringen mir diese ganzen Fotos? Alfa. Matthias. 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 G! Ah, das wollte ich schon. Aber... Olga. Boah. Search. Wo? Wir haben jetzt den Scheißslag gefunden. Und? Nichts, okay. Da geht's weiter rein da. Da... Da waren wir. Da oben waren wir. Ich wollte doch da und dann links rauf da irgendwie. Aber geht nicht. Dann gehen wir noch rechts. Da ist wieder das Auto. Dann gehen wir da nach oben. Man läuft hier noch im Kreis. Dann gehen wir noch mal rein. Hast recht, Fendi. Hast recht. Das war ein bisschen dumm. Aber... Man lernt ja, was fehlen. Nichts, er... Was heißt. Da oben Même. Wir haben jetzt den Schuh. Wir sind nicht immer wieder.